zocker mord ich grüße euch im namen der ehre willkommen bei soma folge 27 so sagen wir die alte wieder wieder wen umgebracht wir bringen alle um wir lassen hier wir lassen keinen zurück das ist die arke das ist die arke das ist die arke wo ich reingehen kann ja und nun was soll ich jetzt machen oder schmack ja hallo und nun dann springe ich runter oh zack alter los so können wir jetzt hier runter da wird sicher gleich die mal mit seinen fingerchen nach mir greifen ok terminal lockt schön die arke ist auch hier äh sehr äh die wau war auch wieder hier sehr aktiv so jetzt müssen wir das terminal wahrscheinlich einfach freischalten das ist gar nicht so einfach dann müssen wir wahrscheinlich wieder sehr 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 fix hier irgendwie die abschuss und so fehler ok Warten auf Fracht? Warten auf Fracht? Jetzt haben wir eine Luftdifferenz, sehr schön, jawohl. Oh, Alter, Leute, da geht das schön ab hier. Nice. Da wollen wir nichts mehr hin. Warte. Oh, kaputt loppen hier die Dinger. Okay. Nu? Streck also an hier. Oh, ho, 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 ho. Alles im Arsch jetzt. Das war's. Ende. Wir haben die Eiche. Läuft doch. So. Einmal hinterher hier. Wann los? Hi. Wolltest du sagen? Ah, gleich drüberhüppen, Alter. Ja, das ist alles easy. Jetzt schon mal vor, falls hier noch was ist. Okay, so geht das, so geht das, alles klar. Rennen aber los hier doch. Oi, 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 oi. Leute. Aber go, go, hier. Oh, kacke, hier ist Ende. Oh, was denn da los? Oh, was denn da los? benché, was denn da los? Just die Warden flexing his muscles. Warrden? You mean wow? Down here he has many names. Warden. The Alpha. Like in Sight Alpha? I thought that was made-up? Made-up! Then someone should really fire Johan Ross. Tell him there's no reason to walk these tunnels no more. This section is gonna collapse. Nein, 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 nein. Ich dachte für einen Moment, es würde zu verabschieden. Jupp, er ist eingestört. Wie kommen wir jetzt hier raus? Hallo? Ja, du sagst das so hier. Ja, ich muss nicht, ich komme hier. Ich komme hier in die Waller. Kann ich hier noch was rausziehen? Ich bin irgendwie... Moment, vielleicht kann ich ja hier... Moment, ich bin anlaufen vielleicht. Boah, ich komme hier rüber. Ich würde ja gerne. Ist ja nicht drinnen hier. Leute, ich komme nicht durch. Äh, was soll ich jetzt hier machen? Da ist noch ein Lichtchen. Überlammer lang. Ah ja. Noch ein kleines Loch. Eine kleine Bohrung. Hier sind wir die Ark überall. Ja, die Ark, die Bau. Oh, Alter, hier. Was ist denn das? Lava? Oh, die lang. Alter, die hat sich echt gut verbreitet, wa? Die Bau, guck dir das an. Oh, das wird mir auch nichts hier an der Tichtchen. Uhuhuhuhu. Komm mal da durch, Guacanee. Ok, Standort Alpha, hier ist alles... Schön Arsche Wesen. Ok. oder checken wir aus hier und affenkräften die Weltraum hier also ok Oh, Alter, wie sieht das aus hier? Ich gucke mich auch ein bisschen um hier. Ich möchte gerne wissen, wie das so aussieht hier. Lauf damit, hoch. Oh, Leute. Das ist hier übelst vernetzt, Alter. Das ist auch aus diesem Gehirn, ne? Ja, aber gut, dass ich noch durchkomme, ey. Das ist so close. Just tell me what you want. Ich brauche dich zu stomp die WoW. Was? Wie? Die Entslautung-protein-Sluschung-Ground-Your-Suit ist die use von welchen die WoW will hangen es selbst. Was bist du? As soon as ich kann, too, Omicron. Ich versuchte ihnen zu machen den Toxin und die WoW will machen, aber sie nicht verstehen. Sie haben es in der Kabinette gelegt. Es war so infuriating. Sie müssen sie auf Alpha nehmen, die Fountainhead der Misere, die wir gegründet haben. Und dann eine Frau. Sie hat es herausgestellt. Sie hat es gemacht, aber... WoW schriekt. Sie hat es gemacht. Aha. Dann machen wir das doch. Die Schlange und schnappen zu. Ja, wenn Gott das sagt, dann machen wir das, ne? Ja, die Eiche ist ja... Und wo er die Haare auf Reise geschickt hat, dann können wir mal in Ruhe hier jetzt die... Jetzt gibt es der Raum noch von diesen Bildern, ne? Da hing doch diese Kugel. Was ist das? Was ist das? Der Kugel. Es hat die Strukturegel auf Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, und der Kugel will unwillingly spread it across Pathos 2, mit dem Kugel. warum sollte ich es tun warum sollte ich es tun warum vielleicht verarscht du mich auch nur immer wieder wicke Oh Gott! Ich glaube, ich gehe einfach mal. Tschüssi! Oh ja, wow! Jetzt mal in Ruania. Ich glaube, hier passiert nichts. Können einmal abhauen. Ganz schnell. Flotten Fuß. Da kommt doch irgendwas. Ich haue ab. Tschüssi! Ich folge die Lichtern. Ich weiß nicht, was das war. Ach, das war das Vieh. Ich haue ganz schnell hier. Ich drehe mich auch nicht um. Doch, drehe mich um. Ich schau mal. Oh Gott. 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 Wie es mich will, kriegt mich nicht. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Außen, okay, Luftschleuse, zu hier, Alter. Abfahrt, Druckausgleich, ey, oh. Das müsst ihr mir auch erwischt, ey. Ja, anscheinend haben wir die Wau jetzt einfach mal ausgeschaltet. Vor allem für uns. Was soll das heißen? Ja, die Wau vernichtet. Ich glaube hier wieder nichts. Okay. Gucken wir mal weiter hier. Schnellstraße zu den Sternen. Neuer Rumschafter. Ja, ich hoffe auch. Ja, hier ist auf jeden Fall noch. Das ist Wyns hier. Dann legen wir mal die Gute hier ein. Chris, was hast du mit deinem Arm? Es ist kompliziert. Ich muss nur eine Sache wissen. Ich habe beide Arm in der Rhe, richtig? Ja, natürlich. Du bist okay, doch? Kannst du etwas tun? Ja. Wir müssen das einfach mal mit. Du hast den Rhe? Ich habe, aber ich habe es auf dem Weg hier, an einem Automatisch-Tram-Tram-Ting, hin zu FI. Also, es sollte irgendwo sein, woanders. Das ist gut. Wir gehen. Dann holen wir die mal. So. Sag mal so. Dann schauen wir mal, wie es in der... Wie es weitergeht, sind wir in der nächsten Folge. Soll die nächste Folge zu kurz werden? Vergiss das. Wir sehen uns direkt dann gleich wieder. Ne? Also, vielen Dank für das Anschneiden. Und ich bin gespannt, wie es... So, jetzt tschüss. Jetzt haben wir noch mal kurz die Masseet. Und bis dann. Zum nächsten Mal. Eure Zeugamade. Eure Zeugamade. Vielen Dank.